Ich gehe jetzt in den Supermarkt. Ich nehme den Einkaufszettel und einen Rucksack mit. Vor dem Supermarkt nehme ich einen Einkaufswagen. Hierfür brauche ich eine 1 Euro Münze. Alle Artikel, die ich kaufen möchte, lege ich in den Einkaufswagen. Mit dem Einkaufswagen fahre ich zur Kasse. An der Kasse lege ich alle Artikel auf das Förderband. An der Kasse lege ich alle Artikel auf das Förderband. Kassenband. Zwischen den Artikeln verschiedener Kunden legt man einen Kundentrennstab. Warentrenner. Warentrenner. Ich nehme meinen Einkauf mit meiner Bankkarte. Nutzst du auch einen Einkaufswagen? Nutzst du auch einen Einkaufswagen? Ich nehme meinen Einkaufswagen? Fernsehen. Untertitelung des ZDF, 2020